LuVu! LuVu! Nice! Weg damit wär der Scheiße da! Uah! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Gunfire Reborn! Mit dabei natürlich das Venni! Hallo! Und wir machen wieder unsere wunderschöne Doppelsicht! Auf jeden Fall ist es ein wunderschönes Rocknike Spiel! Kann man bis zu 4 Mann im Koop spielen, aber auch alleine! Ich schätze mal, dann passt sich alles gegebenermaßen an. Aktuell gibt es nur ein Spielmodus quasi, also nur die so ein Schwierigkeitsgrad. Das hier würde ich sagen, sei für den einfachen Schwierigkeitsgrad, den es aktuell aber noch nicht gibt. So ein Supporting. Und man hat eine Waffe, zu Beginn. Man kann leveln, das sieht man hier ran. Und es gibt, das sind quasi die Items, die man währenddessen aufsammelt. Scrolls. Und die E ist halt eine Fähigkeit, auf Q ist halt eine Smoggranate und auf Schiff kann man sich schneller bewegen. Geil! Verwendet... Wie viel hast du? Jetzt hast du noch einen. Äh... Richtig! So! Okay, Sven ist heute sehr smart unterwegs. Ey! Erstmal seine Fähigkeiten alle aufbraucht. Man muss dir euch zeigen. Ja, im Kampf wer das macht. Okay! Sven Schiffleuer das erstes oder schickt mich jetzt mit den Abgrund. Unten sehen wir die Ebenen, wie viel es gibt. Und bis zum Boss zu gelangen. Es gibt glaube ich vier Bosse, die man machen muss, um einen Run. Und ja, schauen wir mal. Das sind noch die einfache Gegner. Es gibt auch spezielle Räume, wo man nur mit bestimmten Fähigkeiten hin kann. Was ist zum Beispiel alles ganz gut gemacht. Ist aktuell der neue Hit, sag ich mal, auf Steam. Den Leute steckt das auf jeden Fall ab. Kostet zehn Euro. Und ähm... Vielleicht gibt's da bei unseren Partner jetzt der Gaming nochmal weniger. Ja, cool. Aber... Aber aktuell wissen wir dann nicht. Zu ja nicht? Zeitpunkt der Aufnahme. Ja. Kann man auch Waffen aufsammeln? Weil irgendwie... Im Tutorial ging das ja. Aber bis jetzt habe ich doch keinen Gegner gesehen, der eine neue Waffe gedroppt hat. Ja, wir sind direkt am Anfang. Natürlich gibt uns schon letztlich jeder Gegner eine Waffe fallen. Ja, aber trotzdem. Was ist das hier? Ja, Rookie. Was? Ich habe hier was aufgesammelt. Aber ich weiß nicht, was es war. Ja, Fähigkeiten. Okay. Ja, Sven, die schießt einfach aus Spaß. Und aus dem Schuss zum Regen in die Wand, oder was? Ja, ich habe nur den einen da gesehen, weißt du? Oh! Oh, ich muss heilen. Ich bin... Mein Schild ist gerade weg. Ist er da? Ja. Klar, wieder voll hier. So. Easy. Bei mir liegt hier eine Waffe bei dir auch? Ja. Okay. Hast du jetzt eingesammelt, oder? Ich hab's auch gut. Ach, ich bin klar, es ist nicht gegenseitig wird. Das gut. Das ist von Muni-Muni. Okay. Was ist das bei dir? Bei mir ist das die Waffe Star Devora. Heißt die. Wenn du Tab drückst. Ja. Star Devora. Plus eins? Plus eins. Okay, man kriegt die gleichen Waffen. Das ist interessant. Und ja, genau. Bei Scroll sieht man, haben wir gerade eben, äh, Ninja wird Seenability, äh, bekommen. Sieht man hier nochmal die Fähigkeit. Das ist halt so der erste Item, was man gekriegt hat. Aber, nach und nach wird man halt immer stärker, wie man es halt beim Rogue Legner kennt. Und man kann halt, äh, auch leveln seinen Charakter, wenn man dann durch ist mit einem Run. Zum Beispiel für eine Fähigkeit. Das ist ein Golden Globet. Damit kann man seine ersten Fähigkeiten machen. Smoke oder Element zum Beispiel Bereich oder Orb Bereich. Jetzt, ich hab zum Beispiel zweimal Element und einmal Smoke. Wie ist das bei dir? Ich hab zweimal Element und einmal Orb. Ah, okay. Also das ist wieder random. Okay. Äh, plus 30 Damage against enemy mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit Element Effekt. Smoke in Rays machen 300% mehr Schaden. Und 40% mehr Feuer Damage. Energy Orb has 50% change of exploding twice. Ähm, manchmal mal das change of... So, das ist, ist unser erster Run im Übrigen. Also schauen wir aber mal wieder. Die sind blauen Punkte, die man oben sieht. Fünf Stück haben wir jetzt schon. Für die erste Fähigkeit, um die quasi zu holen nachher, also die für die Charakter. Die ist, äh, kostet auch 5, denke ich mal. Also so real technisch können wir jetzt schon... Oh Gott, bei mir läuft Zeit ab. Ich muss jetzt hier was nehmen. Ja, sagst du, was ich alles hätte, welches? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Was war das jetzt? Nein! So, jetzt sind wir auf, jetzt kommen wir auf Ebene 3. Da haben wir die Hälfte schon mal. Wutie. Lull! 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 Das ist einer mit Dynamit-Stange, der wirft, äh, sehr viel Diamit. Da! Ah! So! Komm, ist geklidiert. Geil! Nice! So, mir gefällt schon mal die neue Waffe. Ah, vergiss deine Fähigkeit nicht mehr. Ja, warte, du hast viel da... äh, wuh! Scheiß, ich hab kein Money mehr. Ja, du hast ja noch eine Zweitwaffe müssen. Das soll sein. Oh, cool, neue Waffe. ok ok auf der 2 haben wir drei waffen eine waffe ist immer unendlich also die standardwaffe das schon mal cool aber auch wenn ok gift schaden macht die dann die macht doch deutlich mehr damit schießt weniger kugeln ja ja die macht so einzelne schüsse das ist natürlich also unsere andere waffen und auf jeden fall schneller aber die hier macht mehr schaden pro schuss so nächster raum oh lalalala oha ich muss mein Schild eben kurz wiederholen jo ich habe einen geslaut mit meiner Fähigkeit ping 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 oha oh schweckerfach oder stecker es war ein Sieg dann in die Granate locken kiste nice shit ok das ist jetzt ne kiste simple gift äh gift simple gift normal gift luxurious gift äh oh ich bin ein Münze quasi hol ich jetzt das belassen ja 105 mal gucken wo sie kriegt äh legendär ja nice plus 100% crit however not hitting the weakness was ist das denn für ein scheiß ja ok ich verstehe es nicht seines überfordert check du ich habe irgendwie schuhe gekauft also ich habe diese teuerste der genommen ne mhm mhm und jetzt habe ich irgendwie nur schuhe bekommen das ist das alte ne das alte ist das sicher alte ja ja aber wieso habe ich denn normale schuhe bekommen obwohl ich das teuerste gekauft habe ja das ist ja immer noch random ja aber trotzdem okay ich habe den gerät bekommen soll ich zwei mal auf einmal smoker einmal element und einmal auch hier zwei mal die menschen einmal auf feiert damit aber feiert habe ich ja gar das ist ja auch noch mal die auf den in 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 to in in z in 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 Ah, das ist ganz cool. Zum Beispiel, man hat keinen Gebrauch mehr dafür, weil, was weiß ich, plus, äh, du machst mal Schaden mit der Sniper oder was weiß ich, aber du hast halt keine Sniper mit der Autos. Oha! Oh Gott! Was seid ihr denn? Ich bin tot. Zveni! Zveni! Warte! Schönen Leben! Okay. Kommst du dann wieder, oder? Bist du jetzt... Man kann sich einmal wiederbeleben. Okay. Alter, was ist das denn? Also, ich hab meinen zwei... Ah, hier, genau. Diese Türen kann man, äh, machen, wenn man ein bestimmtes Talent hat. Dann kann man diese Türen, äh, benutzen. Diesen Gang. Dann kommen wir zu einem extra rum, quasi. Ah, okay. Wo man noch mal eine Tour kriegt. Hier ist auch mein Item. Ja, all pick the money where... Okay, Sven... Na? Ja, ich war gar nicht im Shop, oder was ist da jetzt? Keine Ahnung. So, Fatsch-Tasse. Hm... Ähm... Was aber? Man kann austauschen. Cool. Ähm... Dann nehm ich... Hm... Okay. Das ist echt cool. Bist du da? Ja, ich nehm das. Ah! Wow. Aua, aua, aua. So. Am I reloading? There's an... There's an... There's an... Oh, cool. Nice. Ich hab... Ja, warum machst du denn schon weiter? Alter! Äh... Äh... Irgendwie weiter. Ja, kurzer... Ja, kurz abwarten. Hilf nicht mehr. Unmöglich. Ja, ich hab ja kein Leben dazu bekommen. Ja, was weiß ich, benutzt die Smoke, oder so? Oder... Ich hab's ja nicht... Ja, ich hab's ja nicht dadurch. Was für sich? Klar, was sag du? Er kann auch sein, du Mütter. Guck, wir haben's auch easy peasy gemacht. Ja, ja. Ich gucke mal richtig gar nichts. Ah, da ist ein Händler. Ähm... Händlings. Ah, ich bin in der Kiste gerade die explodiert. Das war natürlich super. Oh, hab kein Schild mehr? Ja. Alter, aah! Alter, aah! Alter, aah! Alter, aah! Pfff... Okay. Aua! Nicht ins Gesicht! Boah, da... Ja, warum? Sveni! Warte! Sveni! Ich hasse Käfer! Der ist ein Käfer. Wie viele kommen denn noch? Ich weiß es nicht. Fähigkeiten nutzen, Sven! Jaaaa! Komm, vergasen sie! Alter! Ja, was willst du das denn bei der Gasgranate? Das ist Smoke Grenade! Ne, das ist Gas! Ne! Jetzt auch die in der Smoke Schaden kriegen. Natürlich! Ich bin tot! Ich bin tot! Was hat man Schaden kriegt? Er belebt die wieder! Äh, mit etwas? Keine? Jaaaa! Dann steck ich mal an! Clever! Ah! 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 Ah, dafür den Kackraum! Alter! Und wenn die Hände hier nicht gleich richtig geiles Stuff bieten, dann rass ich aus! Hehehehe! Komm! Boah! Boah! Oh Gott ey! Eine neue Waffe! Endlich! Boah! Oh ne Kiste! Ist sie besser? Oh Leute! Jaaa! Äh! Janik! Was ist denn? Was ist denn das? Ihr Kraftsmann? Warte! Wie soll ich mich für zwei Sekunden? Ähm! Friesen? Ne, das ist nicht doof! Friesen ist schon gut! Ah! Warte willst du? Was ist das da? Ja, du kannst das erweitern, du kannst die Waffen verstärmen! Ah! Okay! Bei dem Money hast du natürlich! Äh! Ne, hab keinen Money! Ich will jetzt mal gucken, was der Paddler zu bieten hat! Jaaa! Äh! Nämlich Items! Äh! Man kann bei ihm Waffen kaufen! Study Rolls, zum Beispiel! Oder Fire Damage! Da ist zum Beispiel so eine Waffe! Jaaa! Oder? Oder? Äh! Normal Ammo! Large Ammo! Ich würd schon mehr Feuer damit machen, ne? Na, ich nehm die Waffe! Und als Weidwaffe meine Giftwaffe pack' ich dafür weg! Jaaa! So kann man aus... mit V kann man vergleichen! Na gut! Eiger! Und die andere, die grüne, macht also kleine Explosionen oder wie verstehe ich das jetzt? Welche grüne? Die... Achso, hast du das... Haben wir die unterschiedliche Waffen oder was? Ich hab ne Feuerwaffe und da war noch ne andere! Die ist äh... Star Devourer, also die wir ganz als erstes gekriegt haben und so ne Feuerwaffe! Achso, ich hab nämlich drei Waffen, eine Granate und bisschen Munition! Ich hätt' noch nicht ein item kaufen können... Also auf... dann auch für Sachen, weil wie du sagst, auch zwei Waffen! Achso! Na okay, die Waffen würde ich ja als nächstes Updaten! Kann ich aktuell nicht! Mir fehlen 25 Münzen! Dein Sieg Münzen! 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 Weil für jetzt 18 Münzen! Die Münzen suche! Komm, so mach ich das jetzt so! So, okay, wir werden Münzen! Münzen! Äh... Waffen verkaufen wir auch gut! Das ist ja super! Aber... Wir fehlen halt 18 Münzen weiter! Schau! Ja, immerhin! Ich bin aktuell auf Updaten, ist ja gut! Coolie! So, was... So ist zum Beispiel mal ne neue Waffe! Warte, warte, warte... Lass mal weg! Ja, ich hab mir ausgesehen die falsche Waffe... Äh... Warte, warte... So... Welche Waffe hast du? Jetzt? Alles neue? Ja! Na die Feuerwaffe, sag ich mal! Ja, ich hatte noch ne andere Waffe zur Auswahl! Hast du gar nicht! Hatte ich wohl! Hatte ich gar nicht! So, letzter Raum! Hatte ich wohl! Letzte Ebene vor dem Boss! Stage 4! Okay! Krass! Ähm... Oh! Okay! Oh! Also mehr Fähigkeit benutzen, Sven! Gen einfrieren, ist schon geil! Also auf der Ehe! Schon sexuell! Ja, jetzt eh wie leicht, oder? Nein, der war weggefreezed! Okay, ich trau dem Braten nicht! Nee, irgendwie... Oh, oh! Ach, hier ist ein Spawn-Dings! Das war die eh nutzen! Hey, Grenadier! Verpiss dich! Also damit auch die... Das... Ein Schildmann! Ha! Sven! Granate hinter dir! Oh Gott! Oh Gott! Aua! Aua! Noch ein Schildmann! Also jetzt geht's unfair! Oh, oh! Da kommt der Schildmann rechts! Oh, oh! Oh, oh! Da kommt der Schildmann rechts! Oh, oh! Da kommt der Schildmann rechts! Schildi! Erstmal... Eh! Warte! Oh, ha! Okay! Einer ist down! Bleib noch verpudert! Aua! Oh! Das tut weh! Oh, dann Waffen fallen lassen! Aber egal! E! E benutzt, Sven! Ich werd' beschossen! Artillerie! Jo, 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 jo! Kom her, du! Alter! Oh, so! Was bist du denn? Ach, hier Kavalerie! Lustig! Boah! Das sieht besser als die hier! Kavalerie plus zwei! Mehr Magazin, mehr Schaden! Äh, V vergleichen! Äh, das war halb zu schnell! Die Chance auf Kritt ist auch geringer! Äh, Stabiler ist... okay das ist ein Schornes Prozent Magazin direkt zu füllen wenn man die Einträchtigkeit okay ich habe die genommen so richtig da war es noch was man wer hat er hat und das ist der Mann der letzten Ebenen doch A Warte mal leben. Ja, ich bin doch ein bisschen verwirrt. Alter, ich hab mich hier erst verdrückt, das ist alles ja kaputt hier. Zwei Tasten. Nee. Ja, zwei Tasten sind es schwierig, so. Okay, also die kann weg. Puff. Okay, du willst sie. Ah, es kommt. Sven ist am Nachdenken. Sorry. Du hast jetzt zwei SMGs? Nee. Nee? Nur eine. Aber du jetzt... Können wir auch eine coole Rolle machen. Naja, aber du kannst halt Schiff drücken für die Speed, ne? Ja, aber ich würde auch eine coole Ausweichrolle machen. So, im Gift-Bereich. Fick dich. Aua. Meinte ich doch so nicht. Boodies. Und nicht noch mehr Shadies. Oh, da bist du in der Mitte reingesprungen. Oh, da bist du in der Mitte reingesprungen. So. Nice. So. Bei dir, bei dir, bei dir. Ja, ja. Ich habe die anderen gefreezt. Schiff drücken. So. Oh, komm mal. Komm schon. Hä? Aua. Da habe ich viel Schaden gerade. Ich glaube, ich mache keinen Schaden mehr. Ich mache keinen Schaden mehr. Das ist... Würde ich nicht gut finden, wenn es wäre. Ich auch nicht. Ist das mit vollem Doof, ne? Auf jeden Fall. Alter. So, Schildi ist weg. Okay. Ich habe auch gleich kein Schaden mehr. Prissy-Grennade. Die dauert nicht. Da hinten ist noch ein Longbow-Man. Longbow-Man ist gleich weg, man. Oh, neue Waffe. Haben wir gecleert? Ja. Einer ist da noch. Oh, Gott. Ich habe gedacht... Joho. Da war schon. Direkt neben... Direkt neben dir. Nee. Der erste Waffe angucken. Ja, das ist echt überlegt. Alter, wir sind beide nur noch Half-Life. Lass mich. So, was kriegt... Okay. Ähm... Neufähigkeit. Einer-Effekte. Einer-Effekte. Super-Smoke-Manage. Load-to-Dying. Das ist cool. Was finde ich mal noch... Wird noch länger gefreased, finde ich sehr gut. Hier liegt dann die Waffe, die ich schon habe. Was ist das? Ich habe die Feuerwaffe, genau wie da ist. Das ist der Feuerwaffe? Bei mir ist das die Feuerwaffe, die du gerade... Die zum Beispiel, die du vorhin weggebrochen hast. Ich... Die ich noch habe. Weißt du die hier? Ja, warte, ich will mal vergleichen. Das ist genau die gleiche, die ich vorhin hatte. Ja. Auf Fluss 2. Dein nächster Raum ist der Boss rum, Leute. Oha. Ich würde so gerne meine Münzen jetzt noch rausgeben, ne? Lass es jetzt gelassen. Oh, ja, okay. Die sieht krass aus. Ab zum Boss, Sven. Ab zum Boss. Da ist er. Das ist er? Ja. Jawohl, danke schön. Geil. Äh, 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 äh. Äh, nö, nö. Ich glaube, jetzt auch verkrassbar. Komm, wir haben ihn hoch. So, den wollte ich sowieso. Den für die Verstärken, so beide Waffen stärker gemacht. So, jetzt habe ich kein Money mehr. Da war mir wichtiger als alles andere. Peilen, ja. Ja, gut, das ist mir nicht gemacht. Okay, ich habe leider nicht genug Geld. Wie viel, zwei Münzen zum Eilen? Wo kann man sich denn... Ja. Bei dem Paddler. 75 Münzen, das ist ganz links. Ach, das, ja, okay. Kann ich dir irgendwie Münzen geben? Ne, doch nicht. Schade. Okay. Spende für die Arme. Ja, Heifel auf der Reihen, easy. Spende bitte. Gäste putzig. Jetzt Bunkurama. Luvu. Luvu. Oh. 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 Nice. Weg damit, wer der Scheiße da. Oh. Oh. Was willst du denn? Ich werde ihn beschossen. Oh. Mama. Verliebt. Und sweet. Ja, Sven. Log ihn. Log ihn an. Nice. Okay. Er ist wieder oben. Okay. Ich weiß nicht, ich habe sonst Minions. Minions links und rechts. Ach, nö. Ach, cool. Man kriegt Leben irgendwie. Gut, das ist ausgerechnet. Der da full life ist. Ich hab... Wird tot. Viel Spaß. Ah. Juhu. Ah, ah, ah. Svenni. Ja. Und bin tot. Nein. Warum macht er nichts? Ich wollte schon sagen, das hat nur beim Bier so. Sven, dann back. Los, die. Sven. Juhu. Ich hab keine Monie. Alle zweite Welt. Juhu. Kannst mich mal. Immer wieder mit dem, weil du es schaffst, Sven. Komm. Komm, 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 komm. Immer ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Komm. Oh Mann, ey. Das ist so. Alles gefixt. Das ist eine B-Tasse. Oh Mann, ey. Juhu. Der ist schon krasser Typ, ne? Wenn du kurz vor Ende, auf einmal dich one-hitted oder so. Auf einmal, weißt du, mach mit Absicht. Ah, nehm. Gegner, komm, glaubste. Wer dann noch verkackt. Du bist so ein... Ich hab geschossen. Ich hab geschossen. Du musst dich auch bewegen, du Otze. Wenn der Gegner nicht mehr da ist, kannst du nicht gewinnen. Ich hab die unterschätzt. Entschuldigung. Er wäre auch falsch gewesen. Ein Bug, wenn du es nutzt. Ah. Ja, deswegen, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich zeige euch jetzt nochmal Talent. Das ist der Talentbaum, den man noch machen kann. Man kann das Tier also noch ein bisschen erweitern. Ja. Jetzt zum Beispiel hat man diese Vault, diese Versteckende Räume kann man da noch machen. Also, Impeditionen gibt es bereits. Survival-Bereich gibt es mehr. Oder mehr Ammo in dem Bereich. Heilen, Schaden, Schild, so weiter. Und hier ist halt Heldfähigkeit. Alles ziemlich cool. Wenn der Bock kommt auf mehr, wir werden gucken, wie es ankommt. Und je nachdem wird es auf Game Channel weitergeführt. Oder checkt sonst die Zweitstellen ab. Sonst läuft es da weiter. Bis zum nächsten Versuch. Haut rein und ciao. Ciao. Hoffentlich hat es euch gefallen. Oh Mann, ey. Das ist so far from the game. Was du sagen? Es ist so far from the game. Quit complaining. Look at my life. EINSTEPS KURBER No. cenario. Ich bin mir rein undubertrai.